Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange. Ja, wir sind hier immer noch im Haus und ein Eintrag im Tagebuch bzw. Was gibt es hier Neues? Möchtest du später Tee trinken? Absolut. Ich habe ab vier Zeit. Okay, das ist die Einladung von dem Mädchen, dem wir da eben geholfen haben. Stimmt, das heißt eben, dem wir da letztens geholfen haben. Und ja, der Typ ist ein Arschloch. Ja gut, das wissen wir, das ist ja jetzt nichts Neues. Schauen wir uns aber doch hier erstmal noch weiter im Haus um. Was gibt es denn hier alles? Anrufbeantworter? Anhören? Mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Okay. Eine Warnung an Chloe. Der Garten. Was gibt es hier noch? Schaukel. Irgendwer mäht Rasen. Kenn ich. Was willst du wirklich machen als du wirst? Max, ich bin schon wirst. Was für dich? Reise. Das wäre toll. Explorieren die Welt. Geh weit von hier. Far von mir? Vielen Dank, Mann. Mann, du würdest du mit mir kommen. Ich brauche einen Körper für unsere Spiele. Ich wäre wie Lara Croft, außer real. Das wäre sehr cool. Das wäre toll. Ja, das sind dann so die Erinnerungen an vergangene Zeiten. Meine Güte. Ja, große Pläne hatten wir. Was gibt es hier sonst noch außer Gerümpel? Was ist das hier? Ein Bild? Ah, okay, das haben wir dann mal gemalt, zusammen mit Chloe zusammen. Gut. Und sonst? Irgendwas Spannendes auf dem Grill. Ja, okay. Hier noch irgendwas? Ja, gut, dann können wir eigentlich wieder reingehen. Vielleicht finden wir drin dann noch irgendwelche interessanten Dinge. Wir haben uns ja noch gar nicht so umgeguckt hier unten im Wohnzimmer. Mal sehen. Was liegt hier alles rum? Vazine. Sind aber auch irgendwelche Notizen? Küche. Fotos. Noch mehr Fotos. Das ist dann wohl irgendwie, ja, die Karte von dem Burger-Laden. Okay, so ein normaler Einkaufszettel. Hier Milch und Erdnüsse und Butter und Toilettenpapier. Und naja, okay. Jetzt nicht so spannend. Fernseher. In der Küche, okay. Na ja, gut. Nicht wirklich das beste Bild hier. Machen wir das jetzt wieder aus, das Randale-Ding. Glas. Ah, okay, da wird das Urlaubsgeld gehortet. Pokalsammlung. Ach ja, richtig, unsere Kamera. Was suche ich da jetzt? Wow. Ja, nicht so prall, ne? Also, was ist da für ein Foto dabei? Okay. Wir haben also da mehrere Fotos von Kate gemacht. Wissen wir das auch schon mal? Laptop. Na ja, gut. Stimmt. Wir brauchen ja jetzt erstmal Werkzeug, damit wir hier die Kamera irgendwie, ja, eventuell repariert bekommen, damit wir wieder Fotos machen können. Gut, ganz normaler. Schrank, relativ unspektakulär, aber da liegt Werkzeug. Vielleicht ist da ja was passendes. Stimmt. Ja, mit dem Monsterzeug können wir nichts machen. Finden wir da vielleicht irgendwo was im Schrank oder so? Okay. Nochmal ein Fernseher, oder was soll das sein? Ja, ne? Chloe stepped out of actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Na, das ist ja mal spooky. Das ganze Haus ist irgendwie hier verwandt, mit Kameras bestückt. Merkwürdig. Na, wirklich in jedem Raum, in jedem Winkel? Was hat er denn da noch für eine Karte interessiert? Was hat er denn da für eine Karte noch? Ist ja irgendwie ein sehr mysteriöser Typ da, dieser Stiefvater. Werkzeug haben wir jetzt hier immer noch nicht gefunden, um die Kamera zu reparieren. Ja. Zielscheibe. Ach, das ist der Waffenschrank, okay. Ja. Mal wieder aus, sonst fällt das ja noch auf hier. Dass wir hier gespioniert haben. Was haben wir hier jetzt noch? Eine Schublade? Wir suchen ja immer noch eigentlich nach dem Werkzeug. Ach nee. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Dann hat er hier dieses Mädchen da auf dem Kieker, mit der wir ja nachher irgendwie zum Kaffeetrinken-Fahrer abredet sind. Das ist krass. Schauen wir mal in der Garage, ob wir da noch irgendwie was finden. Außer der alten Gurke hier. Trophen. Oh Mann. Ja. Okay. Steht also auf Autos. Das ist jetzt hier einfach nur ein Vorratsregal scheinbar. Mal drüber schauen. Ja, irgendwie ja, ne? Gucken wir jetzt hier hin. Müssen wir wieder im Flur stehen, ne? Ja. So ist es. Jetzt sind wir wieder im Flur. Wo waren wir hier noch nicht? Hier waren wir jetzt eigentlich überall, ne? Gucken. Warten wir mal, was war da jetzt noch? Post. Wenn wir schon hier so spionieren, dann können wir auch richtig. Dann gucken wir auch gleich nochmal nach der Post hier. Das sieht nach Rechnungen aus, ne? Ihre Abrechnung ist beigefügt, dringend, Elektrizitätsrechnung enthalten, überfällig. Okay. Das sieht so ziemlich nach... eng aus mit der Kohle. Naja. Kein Grund hochzugehen. Okay. Aber wir haben doch jetzt hier unten eigentlich alles gesehen, oder? Hier kommen wir jetzt nicht raus. Was haben wir denn jetzt übersehen? Anrufbeantworter. Das waren wir ja überall. Sind wir wieder in der Garage. Bücher. Bücher. Okay. Ja, ich hatte eigentlich ja vor, nochmal oben da mit dem Vogelchen, den Vögelstink zu gucken. Aber jetzt komme ich ja nicht hoch. Was ist, wenn ich jetzt hier irgendwie zurücksprudel? Macht das alles irgendwie nochmal Sinn? Ja, das sind jetzt die Sachen, die wir jetzt eben alle gesehen haben. Ja gut, da könnten wir jetzt natürlich einfach die Akten irgendwie, ja, nicht vom Strang reißen, es zumindest versuchen. So, nee, wir sind nach wie vor hier unten. Ich komme jetzt nicht mehr hoch gerade. Wir könnten ja mal versuchen, ob wir jetzt hier irgendwie in dem Laptop noch... Ja gut, da können wir jetzt aber nichts machen. Schade. Ich wäre ja jetzt zu gerne mal in das Laptop da rein. Das sind jetzt aber jetzt eigentlich ja keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, ne? Das haben wir ja schon gesehen, dass er hier alle Räume überwacht. Irgendwie hänge ich jetzt ein bisschen fest hier gerade. Ja, Schrank wieder schließen. Was haben wir denn hier übersehen? Haben wir hier was übersehen? Ich meine, wir können ja jetzt wieder die Akten runterreißen. Ach, da oben ist noch Werkzeug. Warte mal. Was ist das jetzt hier für ein Gerät? Das haben wir doch eben alles irgendwie... Wir müssen übersehen alles. Zack, da haben wir den Schraubenzier. So, dann können wir das jetzt hier ausschalten. So. Ne, wie komme ich denn jetzt hier? Schieben wir mal den Karton. Ja, okay. Also hier können wir ja jetzt dann mit Zeit so ein bisschen zurückspulen. Jetzt fällt sich das Licht schon unten. Jetzt müssen wir was anders machen. Jetzt nehmen wir erst den Karton, schieben den da unten drunter. Und schalten dann die Maschine hier an. So. Zack. Dann können wir es wieder ausschalten. Ich muss da ja jetzt nicht rumrattern. So. Und jetzt können wir den Karton da wieder rausziehen und müssen somit dann das Werkzeug... Sehr schön. So. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur irgendwie... Okay. Dann gehen wir gleich mal zu Klo wieder hoch. Das können wir jetzt. Aber gut, ihr Lieben. Viel haben wir heute nicht geschafft. Tatsächlich nicht. Aber ich glaube, wir beenden die Folge mal an dieser Stelle. Wir haben jetzt das Werkzeug. Wir können die Kamera reparieren und müssen jetzt hier wieder hoch zu Klo. Und wir wissen, dass der Stiefvater... Ja. Dieser komische Wachmann da ist. Was natürlich wieder einiges mysteriös macht. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe... Ja, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit mir hier das Haus zu erforschen. Auch wenn wir nur langsam vorankommen. Stück für Stück kommen wir weiter. Ihr Lieben. Bis dahin. Wir hören uns. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.